so folge 2 trinitz pro folge 2 weiter geht's weiter geht's wir haben hier oben doch noch schwer runtergefallen oder kommt dann wo alles zurückdrucken selbst schimmer ist dass die holzbalken hier alle umklappen so wir müssen hier noch irgendwie hoch kommen ja ihn habe ich gerade erwischt so habsen alle ja das gibt's ja nicht so das ist kompliziert weil wir hier nicht herrufe halten sie wirklich auch präsent leggebruch das ist doch ganz simpel wir hüpfen jetzt einfach auf den fels herauf man darf nicht runterfallen so sind wir noch ganz simpel ganz simpel da liegt noch eine flasche also einer muss auch den holzpfad nehmen mach ich noch gleich so müssen leben es hört sich am kampf an aber ich bin noch nicht da ich hoffe du hast Spaß ich bin hier noch auf dem kürzischen Stein und legge mich hier durch die Welt ich hoffe du hast Spaß ich bin hier noch auf dem kürzischen Stein und legge mich hier durch die Welt einfach mal ich wie hast du das davon gemacht vielleicht besser nicht mal wo du bist weil ich ja noch nicht über den letzten steigen rüberkommen ich habe wenn ich da doch zu springen draußen bleiben ich nämlich gerade furchtbar dieses holz ding kaputt gemacht damit es auf den unterfällt das war ich das vorhin? das warst du vorhin ja aber man muss halt schon gegen schießen mit dem Feuerball was kommt denn da raus und ist irgendwie kaputt? oh hier unten ist es stein, hier ist noch ein Herz guck mal hier oben ist noch eine Flasche ja ich weiß immer nicht, ich weiß immer nicht wo lang der Weg geht das war's ja guck mal was ist hier oben ist er noch ein Gang? geht's ja weiter naja hier ist noch irgendwas hier oben ist ein großer oh fetter stein ah der hier der schmeißt den fetten stein runter oh der macht schon mal zusammen hier ist noch ein Herz ich weiß nicht ob du das lieber aufsammelst oder ich ich hab volles Leben ich hab volles Leben ich weiß nicht ob wir das beide bekommen oh hier sieht es aber auch aus als würde hier der Dekler entgehen komm hier unten langen wir erstmal oh ja oh ist aber ein bisschen tricky hier oh das ist eine richtig fette Flasche ah guck einer mal an oh 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 ähm na ist gut wer hier irgendwo hinlenken kann dass irgendwo was runterfällt na warte mal wo ist der Bus? okay gut okay gut weil ich den benutzen hier ja soll du gehen mit ihm und dann rumziehen ah du lenkt sie auf mich ah so so ist er heute gedacht so jetzt versuche ich mal schnell da durchzukommen ich hab ne Levelaufstieg ich weiß noch nicht wie lange das mit dem Respawn dauert oder ob ich da erst zu so nem Speicherpunkt hin muss du musst zu so nem Speicherpunkt ey hier waren wir genau ah ja da bist du ist hier noch was mancher sind ganz versteckte Sachen also immer bisschen aufmerksam sein nein 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 nicht bewegen nicht bewegen ey jetzt bin ich hier nBS ja wie kommt man jetzt wieder raus ich brauche mich auch okay dann wie war wie kriegst du kommst du raus wir könnten vielleicht machen wenn ich spring mal hoch und ich brauche alles wieder oder so ich wundere sie keinen schaden bekommen laufen durch ich hasse diese glibber dinge auch verabredet Ich komm mal in den letzten gar nicht ran Kommst du da hoch? Hier oben ist noch einer, aber da komm ich dran Na egal Ne, nicht legal Gibt es irgendwie einen Erfolg, wenn wir alle haben, oder was? Ne, ich glaub, es kriegste AV, wenn wir wieder können, ne? Wir sind zu schwer Das ist ein Gedicht Meine Schwester ist hübsch, hat bezauberndes Haar Ich lieb sie ganz doll, auch noch im achten Jahr Ist das denn ein Rotz? Okay So, hier muss nur wieder Wasser hin Da, wo die Stelle so glitzert Was für ein lustig aussehender Fels Aber das ist eine Riesenschnecke Genießt eine Fische Weiß ich nicht, ja? Achso, warte, ähm Ich weiß Guck mich an Ich bin eine Monsterschnecke Einen gesunden Appetit hat die Kleine Guck mal, hier oben ist noch einer Kommst du da ran, mit springen oder so, oder laufen einfach? Ach, da Den hab ich nicht mehr gesehen, hier bin ein wenig So Warte, guck mal da oben drauf ist auch noch einer Tatsache Gut gesehen Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat Oh, pass auf G'siap, G'siap 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 Jetzt Da oben noch was ist Eieieieiei Guck mal erst mal gucken, ob unten vielleicht noch was ist da ist hier noch was? Ah, da ist noch eine Flasche ist auch noch eine Flasche Aha, guck mal, hier kommt, hier kommt ein bisschen angerollt Ah, so bleibt, steckt da alles klar Ah, mach nicht, muss ich kaputt Ähm, nein Ey, mach nicht kaputt, ich weiß nicht, warum? Ja genau Blase, wo ist eine Blase? Ah, nein, die Flasche fällt runter Ah, nein, die Flasche fällt runter Benni, du hast alles kaputt gemacht Warum? Ich weiß nicht, warum, warum machst du sowas? Ja, wie hast du das gemacht? Du hast, äh, ein bisschen auf die Brücke raufgesprungen und dann hat er sich besägt und alles zwar Kannst du mal den Zauberer nehmen und das Rohr hier festhalten? Nein Ähm Ah, jetzt hält's gerade Ne, ne, lass mal unten eine Lücke reinrollen Genau Kannst du nicht auf den Baumstamm hier rauf springen? Oh, Prüger Nein, wenn du ihn Wenn du, wenn ich drauf springen, kannst du ihn nicht mehr hoch halten Dann geht man den Zauber Weil das in dem Spiel irgendwie Dumm und Sinnos wäre Oh, okay Okay Let's go Warte mal Warte mal Gut gesehen Da ist da irgendwas Erleuchtet auch irgendwas Guck mal da oben Nein, 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 nein Oh, mich hat's wohl erwischt Ich dachte, da wär Boden Jetzt da brauchst du den Zauberer, oder? Achso Da drüben ist das schönes Speicher-Punkt Ja, weiter Punkt Ich sag mal Neues Päuschen Kleines Päuschen Bis zur nächsten Folge Teufel Bye Chin Ciao To Beauty Bar Mach Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017